Ja, komm, stell dich mal hin. Ja. Ah, der ist ja noch einer. Cool. Ich muss schon ein Bild machen. Ach, schon wieder voll. Also ich merke schon meine Sicherheitsvorkehrung hier, dass ich genug Beton habe und alles zum reparieren ist Conny notwendig. Und wieder ein Foto zum. Hm? Schon. Gibt es nichts. Der noch. Nicht vernünftig ist dabei. Das klingt aber geil. Okay. So. Dann. Der ist. Ups. Okay. Okay. Ich brauche eigentlich nur looten. Moment. Das wird jetzt. Ah. Nee. Ah. Toll. Jetzt bin der Gläser. Ja. 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 das. Ich würde auch hören. ein Zombie. Ja. Komisch. dann geht es. Ich darf nicht auch reden. Ja. Wuhh. Wuhh. Ja. Und level up. Gleichzeitig. Wuhh. Wie. Wuhh. Guck. Wuhh. 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 Okay. Das war's für heute. Wo denn? Wo? 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 Wieso kommen eigentlich keine Polizisten? Ja, immer schon auf den Spitzen, genau. Da muss irgendwo oben so ein Pferdraum hängen. Wo kommt denn der nicht runter? Immer noch diese komischen, fetten Tüten. Oh, ne Shotgun, cool. Jetzt hab ich so viele Waffen und, äh, brauchste gar nicht. Oh, warum? Oh, warum Har numa geografie? Oh, hot seat, vi magnet em, die I aman, hat negen. Ich geh nochmal nach oben gucken, irgendwie kommen hier jetzt irgendwelche Zombies. Was macht ihr denn da hüben? Du wusstest das irgendwas nicht stimmt. Ich weiß, wenn ich es gewusst hätte. Deswegen stehen da Spikes. Ist mir doch kein Zombie vor der Nase lang geflogen gekommen. Ne, das lässt ich mal lieber zu. Immer noch diese fetten. Okay. Okay. die haben schon eine ganze menge das klingt immer total krass da werde ich mich nie dran gewöhnen ein bisschen was drin ja cool endlich mal was nötiges hier nicht wirklich zu meinen füßen hin und was ab so jetzt mal kann ich das gut beim händler verkaufen das das so das ist das cool cool das ist jetzt auch immer wieder dazwischen ich kann man nach unten gehen der hässchen das war schon morgens 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 Ja, kommt! Ich kenn das nie! Das glaubst du wohl selbst nicht, dass du mich gehauen darfst! Ja, das ist gut. Ja, wenn ich es nicht mal kriegen darf. Also dieser bringt es ja deutlich mehr Loot als sonst mit. So, ich hätte jetzt immer noch gern den Docky hier weg. Wie geht denn das? Wo kommen denn die Zombies ständig her? So, der ist irgendwie weg damit. So. Ne, siehst du nicht, dass ich bei der Arbeit bin? Ich muss aber in Mist, denn er bringt alles wegräumen. Ich mache nur sauber. Okay, der fährt so lange. So. Ich gucke mal nach unten, legen nach unten. Ich würde gern das Leder mitnehmen. Oh. Noch besser. So, wo war denn der andere Docky? Oh, du bist kein Hund. Oh. Oh. Krasses Bild. Schau mir in die Augen, kleines. Oh. 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 So. Dann lagen auch noch Hündchen rum. Ne? Okay. Okay. Wie, schon zu Ende der Spaß? Ne. Gucken wir mal schnell was wir noch haben. Ah. Cool. Schöner Abschluss. Komm mal her, du. Bleib doch mal stehen, Mann. Geh mal in den Schädel rein. Komm her, Schädel her. Kump. Darf. Qui t'elle ist, du mon ami? Klapling. Klapling. Das gibt es doch gar nicht. Ich glaube, die sind einfach immun gegen Kugel. So, und der hat nie mal was eingestecken. So, jetzt sind wir sauber hier unten. Fertig. Okay. Na, geht schon gar nicht alles rein. So, das ist nicht mal der ganze Loot. Ich gehe jetzt nochmal schauen, was oben ist. Ach, hier sind gar keine Brüche. Okay. Okay, noch hat mir einen Heker mitgebracht. Du rändern, du rändern, du rändern, du rändern. Äh, vor allem gibt es hier oben noch was. Was ist das? Ganz ruhig, keiner hier. Kammelbrot. Alles behalten. Okay, ich komm da wieder. Komm. Wo ist Niergang? Ah, hier ist ja noch jemand. Niergang? Okay, Waffenteile. Okay. Dann haben wir's geschafft. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim selber zocken und wir sehen uns. Macht's gut, bye bye. Bye. Bye.